Moin Leute, sehr willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bedwars heute mit einem anderen Shader. Was denn auch sonst? Sonst wird's langweilig. Ihr seht, ich bin in einer Party, aber nur, weil ich weiß, dass er gut ist in Minikraft und er könnte uns weiterhelfen. Ich frag mich nur grad, wo er ist. Wo ist der? Hm, komisch. Wo ist der? Habe neue Tastatur. Ist eine Gaming-Tastatur. Junge, was hast du denn? Ich kann ihn leider nicht antworten. Weil ich ja Chat-Bahn habe. Ah, meine Katze ist hier! Scheiße. Ich muss ihn mal kurz aus dem Zimmer sperren. Kann so rausgehen, biete, biete, biete. Ich hab sie jetzt nicht rausgetan. Ich mach einfach mal ihr Füß hoch. Na gut, ihr wisst ja. Oh, das ist ein Gegner. Schnell zu bauen. Stirb. Ich brauch einen Knockback-Stick. Ich brauch einen Knockback-Stick. Ja. Hört ihr meine Katze vielleicht? Na gut, wer hört sie nicht? Hilfe. Stirb. Oh, der hat schon einen Bogen. Nee, Abusen bringt hier nix. Besonders, wenn man es nicht genug kann. Äh, scheiße. Ich hab eineinhalb Herzen. Das ist nicht so gut. Okay, ich bin fast tot. Und das ist auch so gut. Was hat der für ein Skin? Ist das nicht der von, äh... Oh, sag mal, wie er heißt, ähm... Blazecraft? Das bringt jetzt eigentlich gar nix. Ja, auch. Ja, bringt jetzt nix. Oder? Toll. Jetzt kommt er so von... Geil. Lebt da noch einer? Ja. Krass. Oh, der hat sich auch am Anfang hochgebaut. Low. Ich warte. Gegen die Angst kämpfen. Tyrpiker. Ich bin wie ein Typ Nelb. Äh, ja. Ich bin ein Typ Nelb. Und... hab ziemlich viel YouTube-Geld. Äh, money, money. Nein, scherz. Äh... Das war jetzt so schlecht. Wo ist auf der Map hier? Achter. Natürlich weiß ich, wo hier auf der Map es das Gold gibt, aber... Wo... Pff... Es das... Bronze gibt, weiß ich nicht, oder? Nein. Doch, es gab da... Okay, das ist doch... Toapicle. Ich hab ja grad auf Toapicle gedrückt. Und weiß jetzt nicht mehr... Hä? Äh... Wie die Map heißt. Dort oben... Ist ein Ballon. Da ist einfach... Der Ballon. Okay. Genug Smalltalk für heute. Ich bin jetzt halb den ganzen Tag jetzt. Also. Ist auch okay, oder? Ich kann nicht, wenn... Ich ihn nicht abonniert hab. Was? Ich geh da jetzt hoch. Aber das... Das versteh ich immer nicht. Was ist mit diesen... Leuten los? Wie... Wie der hier? Der lief die ganze Zeit? Also der joint... Und lief. Joint und lief. Joint und lief. Hä? Das kapier ich nicht. Ganz ehrlich? Geistig? Versteh ich das nicht in meinen Blinden? Ja, ja. Okay. Ich lass das lieber. Gleich werde ich wegen... Der... Der Soundtrack... Ja, ja. Dem Soundtrack... Verklagt... Von Simon Desil. Nice. Wer? Nein. Nein. Ich hab jetzt nicht... Genau... Ein... Zwei... Drei... Vier Blöcke. Zu wenig. Okay. Ich hätte schaffen können. Hätte ich eigentlich nicht. Aber... Gibt's unser Bett noch? Hört ihr das? Hört ihr das? Ich bin ein Pokémon. Deswegen mach ich solche Geräusche. Wie so ein Pokémon. Tade spielt mit Pokémon. Tade spielt mit Pokémon. Was? Was lappert ich? Leute, übrigens... Ich sitze momentan daran... Ich sitze momentan daran, dass ich Gottbrütschen lerne. Also... Äh... Ne. Das kann nicht wahr sein. Junge. Jetzt hab ich da drauf gedrückt und... Bin weiter unten als er. Ey. Auch wenn du mich triffst. Entweder... Oh. Jetzt war ich in der Fünf. Was ach du? Dass da Pfeile kommen! Oder was? Oder dass da jemand kommt. Ähm... Okay. Und der ist da jetzt gerade drunter gesprungen? Auf jeden Fall. Wurde ich gerade von hier... abgeschossen. Hä? Wo war der? Nie und nimmer. Nie und nimmer. Wie geht das? Das ist nicht meine Base. Da ist meine Base. Nie und nimmer. Was nützt sie denn das jetzt? Nie und nimmer. Leute. Wie geht das? Jetzt bin ich im Team Blau. Hört man das? Hört man definitiv. Aber... so abuse man auf beiden Seiten. Einfach... Einfach nur auf seine Maus auf. So abuse man auf jeden Fall. Leute, soll ich mal ein Tutorial machen? Und wie man... Wie man... Ja, abuse... Na gut, ich bin jetzt aber auch nicht der beste Beuser. Ich hab noch kein Eisen. Nicht Eisen, äh... Bronze. Bronze. Willst du mich verarschen? Oh, ich bin lustig. Ich... Ich muss durch euer... Bronzen durchlaufen. Okay. Baust du dich hoch auch ein bisschen? Okay, scheiße. Ist euch das schon mal passiert? Dass ihr auf diesem Bieten gestorben seid? Also der... äh... Kommt, wenn man stirbt. Willst du mich grad abfucken? So. Was auch immer mit mir das grad gebracht hab, weil ich eh wieder zurück muss. Ey! Habt ihr das gesehen? Ich wurd grad... so quasi weggeschubst. Von der Brücke. Da ist ein richtig fetter Backstame. Oh, da ist ja Erde. Hm? Whatever? Hä? Nein. Äh... Wie heißt das? What's going on here? Äh... Komma-HD... Hey, ist pleite? Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Komma-HD ist pleite? Komma-HD ist einfach pleite. Der muss jetzt... Der muss jetzt... Äh... Als... Baustoff... Muss er jetzt noch... Also muss wieder... Erde benutzen. Oh mein Gott! Soll ich auch was sagen? Das muss... Das muss einfach... Ach... Hell-News-Time... Untersuchen. Untersuchen auch. Ja. Das laber ich. Lieber nicht fastwitchen... In der Aufnahme. Ich möchte das Gold... Um sie alle zu knechten. Oh mein Gott. Was ist das für eine Gold... Äh... Grube gewesen. Das sieht die ganze Zeit aus, als wären die in einem anderen Team. Hilfe! Hilfe! Ich werd gemobbt von einem... Einhorn. Einhorn. Äh... Fünf. Hier. 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 Möchtest du kein... Ein-Gold? Okay, dann halt nicht. Okay, dann halt mehr für mich. Na gut, das reicht eigentlich für alles. Zehn Gold. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass, äh... Zehn Gold eigentlich für alles reicht. Was man... Also braucht. Ein Eisenschwert. Ein Eisen... Ein Eisenpicke. Und... Ein... Bogen. Oder hab ich mich grad verrechnet? Wenn ich so dumm und verrechne mich. Bei so einer einfachen... Aufgaben. Gut, ich bin auch nicht in der Schule. Ich war noch nie in der Schule. Boah, das ist so witzig. Da muss man... Muss man einfach mal klatschen. Und das war's auch. Meine Hände tun direkt wieder weh. So, so, so. Ich war jetzt noch früher, wo ich mir gesagt hab, oh, ich kenn endlich Hotkin. Was ich nicht mehr kann. Ich konnte früher mal Hotkin. Sag ich dazu nur. Ich bin Schütz on the base. Ja. Boah, ich bin so behindert. Weh, ihr schreibt jetzt ein Disse gegen mich. Aber dann habt ihr doch keine Disse mehr, wenn ich die ganze Zeit sage, ich bin so behindert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ein Steve hat mich grad fast getötet. Ich sollte mich schämen. Wäre dieser eine Typ grad nicht gekommen. Rip. Ripi. Ripi. Perperoni. Weiß nicht, wie die Leute das immer sagen. Rip in Perperoni, glaub ich. Ja. Das hab ich mir grad ausgedacht. Ja. Nee, tschüss. So, ich versuch jetzt einfach mal nicht zu sterben. Ah. Das... ...aufgab. Toll. Ich dachte, der war gut. Toll. 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 Mit Legs spielen. Hilfe. Ich geh lieber wieder zurück in unsere Base. Warte da, bis jemand kommt und dann baller ich den weg. Ja, dann baller ich den einfach weg. Tschüss. Tschau, Leben. Wieso sag ich das? Oh, endlich ist er nicht mehr. Oh, endlich ist er nicht mehr aufgab. FG. Oh mein Gott. Als ob die mir immer helfen. Aber nicht meins bewusst. Ich hab... Ich hab immer ein paar Herzen. Mal... Ja, hier. Acht Gold. Wer ist als erstes kauft. Also, holt. Wir haben ein relativ gutes Team, denn die möchten kein Gold haben. Da, 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 da. Da, ja. So. Wieso verlässt man das Spiel? Ganz ehrlich. Ich schwör. Aber ich kann grad gar nicht abusen auf der anderen Seite. Also auf rechts. Auch der Seite, auf der ich hauptsächlich abuse. Daniel Jackson. Und schwebte. Von Brack-Mamola. Oh. Scheiße. Papa. Hüpfe. Ja, wahrscheinlich. Stirb. So schießt meine Freunde ab. Ich schläu euch. Bossbämm sich rechts weg. Oh, habt ihr das gehört? Wartet erst mal Sound, Sir, machen. Äh. Hilfe. Oh. Boah, ich bin grad so angespannt. Ich möchte grad nicht sterben. Oh. Hat der einen Bot an? Oh, 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 oh. Oh. Ups. Oh. Wer trifft hier öfter? Oh, 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 oh. Ach, wenn die sich denken. Oh. Ich muss jetzt, äh, bis, a little bit, äh, Leute abschießen. Mach ich einfach, ne, ich kann Leute abschießen. Ich nix Mafia. Hm, helfen, ha, helfen, ha. Ja. Das denken sie sich bestimmt grad. Guckt ihr überhaupt nach oben? Ja. 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 Ich hab jetzt so ne gute Idee. Wie, unser Bett ist schon weg. Wann? Ach du Scheiße. Ich würd einfach sagen, haut rein. Also, haut rein und ciao. Lada. Piu.